Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt? Mhm. Willst du mal schlafen? Nee, komm, lass mal küssen. Nee. Echt jetzt, ja? Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Auge passiert? So ein Typ auf dem Klassentreppen, der wollte irgendwie an dich halt nicht. Komm mal, jetzt denk mal, ich hab da einen reingehauen. Ja, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir und seit drei Jahren noch mein Schwager. Hallo. Janne? Ja? Wollen wir vielleicht jetzt mal reden? Worüber willst du denn reden? Na ja. Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, jetzt musst du schon ein bisschen sagen, was du so brauchst oder was ich tun kann. Du bist ja süß. Kannst mir ja mal ne Tafelschokolade vorbeibringen. Du kriegst den Griff, ja? Ja. Du bist ja süß. Ich weiß nicht. Du bist ja süß. Du bist ja süß. Ja. Du bist ja süß.